Ich habe als Kind gern Gedichte geschrieben und versucht, Gedichte zu Gospelmusik zu schreiben. Und Rap ist nichts anderes als ein Gedicht zu einem Beat. Und an einem Ostersonntag in der Kirche kam ich auf die Idee, einen Rap über Gott vorzutragen. Also habe ich mein kleines Keyboard genommen und es auf die Kanzel gestellt. Hinter mir standen die ganzen hohen Kirchenleute. Ich habe den Beat angemacht und gerappt. Mann, war ich stolz. Und als ich fertig war, herrschte Totenstille. Die Kirche stand damals dem nicht offen gegenüber. Ich glaube, meine Oma hat Ärger bekommen. Mir wurde gesagt, ich darf das nie wieder machen.